Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum neuen YouTube-Video. Ich hoffe, euch gefällt das Setting. Dieses Setting haben wir gestern für eine Videoproduktion für unsere Videoagentur genutzt. Und wir haben dieses Setting gerade noch, wir haben ein paar Sachen hier rausgeliehen. Und deshalb nutzen wir das jetzt nochmal schnell für ein YouTube-Video. In diesem Video erzähle ich dir, wie du deine eigene Agentur aufbaust. Du bekommst von mir wirklich eine Anleitung, die du vorab einmal wirklich treffen kannst, die du abarbeiten kannst. Und falls du genau diese Anleitung per PDF haben möchtest, schreib sie mir per Instagram. Und dann schicke ich dir die sehr gerne durch. Und ansonsten viel Spaß mit dem Video. Cool. Warum kann ich dir das erzählen? Warum kann ich dir zum Thema Agenturaufbau was erzählen? Meine Journey ging so vor sechs, sieben Jahren los mit dem Thema Fotografie, Videografie. Meine ersten zwei Selbstständigkeitsjahren habe ich im Bereich Agenturdienstleistung, Social Media, Grafikerstellung, Social Media Aufbau wirklich gemacht. Und jetzt gerade auch wieder ein sehr aktuelles Thema, gründlich mit dem Matthias. Das habt ihr auch schon mitbekommen. Da kommen auch noch Videos auf euch zu. Eine weitere Videoagentur. Und da haben wir selber diese Theorie und diese Checkliste sind wir durchgegangen. Und das hat uns sehr geholfen. Das kriegen auch alle meine Kunden. Das gehe ich auch mit meinen Kunden sehr individuell eins zu eins durch im Bereich Organic Playbook. Let's go. Lass uns starten. Grundlegend haben wir, wenn wir es da mal in Säulen aufbauen möchten, vier Säulen, die sehr, sehr wichtig sind für dich. Wo du am Anfang wirklich den Fokus drauf legen solltest. Wir starten mit dem ersten oder mit der wichtigsten Säule am Anfang überhaupt. Das ist die Klarheitssäule. Sag der Name einfach schon. Du sollst dir im Klaren einfach sein, wer du bist, was du für ein Angebot hast, wo du unterwegs sein sollst, welchen Kunden du wirklich akquirieren möchtest, wo du die Kunden findest, wie du dich positionierst. Da habe ich schon ein paar Buzzwords quasi schon gesagt. Heißt, Step 1, wir möchten für dich eine Zielgruppe definieren. Das hast du schon hundertmal gehört und ich weiß, du kannst es irgendwann nicht mehr hören. Aber einfach um dir ein Beispiel zu geben, hätten wir jetzt in der Agentur hier keine klare Zielgruppe, dann hätten wir vielleicht ein Autohaus, einen Bäcker, einen Coach. Und irgendwie wissen wir gar nicht, wo wir richtig anfangen sollen mit der Akquise, wo wir mal anfangen sollen, in welches Netzwerk wollen wir uns irgendwie begeben, wo wollen wir uns connecten. Und das gibt dir halt selber einfach diese Klarheit an den Tag, jeden Tag. Wo komme ich an wirklich neue Kunden und wer ist denn überhaupt mein Kunde und wie komme ich da wirklich hin? Und wenn du das nicht hast, dann steppst du so ein bisschen im Dunkeln. Du bist dir einfach unklar und dein ganzer Alltag ist irgendwie nicht so straight. Das ist super wichtig, dass du da eine Zielgruppe definierst, eine direkte und eine indirekte Zielgruppe und einen Zielgruppen-Avatar. Du kriegst die PDF, wenn du die willst, schreibst du mir da auf Instagram. Daraufhin ist es super wichtig, dass du halt das für dich einmal klar definierst. Das muss nicht mal groß nach außen krass kommuniziert werden, dass du nur Steuerberatern hilfst. Sondern da ist es einfach für dich, dass du einmal eine direkte Zielgruppe für dich hast, wo du einfach genau weißt, wo gehe ich am Tag, wo gehe ich da hin? Wo akquiriere ich, wo gehe ich auf Social Media, wo gehe ich auf LinkedIn hin? Dass du für dich einfach wirklich diese Klarheit an den Tag legen kannst. Step 2 sind natürlich Angebote und Preise genau für diese Zielgruppe finden. Wir möchten ein Angebot finden, schau dir das letzte Video an zum Thema Finde Kunden mit Zahnschmerzen, wo diese Kunden oder diese Zielgruppe wirklich ein Problembewusstsein hat. Wenn wir zum Bäcker gehen und sagen, ey, wir möchten ein Video und die brauchen eigentlich kein Video, deren Geschäft läuft und das wäre einfach nur ein Bonus, wäre ein nice to have. Dann ist dieses Problembewusstsein nicht da und dass die, okay, wir wissen, wenn wir Videos produzieren, Content-Videos produzieren, Image-Videos produzieren, dass immer wieder neue Kunden auf uns aufmerksam werden. Dass sie selbst dieses Problem kennen oder diesen Bonus einfach für sich schon genutzt haben. Heißt, wenn du eine Zielgruppe findest, die dein Produkt kennt, sehr gut. Wenn die wissen, wie die dein Produkt selbst in deren Marketing nutzen können, sehr viel besser. Und wenn die einfach wissen und allein schon eher auf der Suche sind nach einem Partner, dann hast du da eine richtig geile Zielgruppe gefunden. Und das ist ganz, ganz wichtig. Zielgruppe und daraufhin auch ein passendes Angebot definieren. Step 3. Eine Positionierung definieren. Ich weiß, das hast du auch schon tausendmal gehört. Für dich einfach selbst wichtig, auf Social Media soll ein vernünftiger Auftritt live sein. Es soll ein Auftritt da sein, wo du ganz genau weißt oder wo du ganz genau kommunizierst, für wen machst du was, für wen kommunizierst du, mit wem arbeitest du, mit wem möchtest du weiterhelfen, wem kannst du wirklich weiterhelfen. Heißt, da geht es einfach ganz genau darum. Diese drei Punkte. Angebot, Zielgruppe, Positionierung. Das hast du tausendmal gehört. Aber wenn du es gerade nochmal dieses Video angeklickt hast, dann gehört das zu den Basics. Da geht es einfach wirklich darum, wo finde ich meine Zielgruppe, wenn ich vertrieblich aktiv bin, wo ich marketingtechnisch aktiv bin. Wo finde ich meine Zielgruppe? Das macht es wirklich sehr viel einfacher. Wenn ihr euch nicht hundertprozentig im Klaren seid, ob diese Zielgruppe euer Produkt braucht, müsst ihr eine Marktforschung machen. Diese Marktforschung ist super wichtig dafür euch, um diese Klarheitssäule nochmal wirklich zu festigen. Um ganz genau zu verstehen, als klar, ich habe mit 100 Bäckern gesprochen, die brauchen alle Videos. Denen ist es wichtig, dass die geile Videoproduktion haben. Die kennen das Produkt. Oder genau im Gegenteil, bei denen läuft es. Die brauchen keine Videos, alles klar. Dann muss ich da jetzt auch nicht reingehen. Ich muss jetzt richtig, ich muss jetzt keinen, den ganzen Markt umändern. Ich muss gar keine Zielgruppe komplett informieren oder umdrehen, sondern such dir eine Zielgruppe, die genau dein Angebot kennt, die wissen, die das brauchen, die auf der Suche sind. Und das sind so die ersten großen Grundlagen, die super wichtig dafür sind. Dann habe ich in diesem Sheet auch noch drin, dass man selbst einmal einen Lebensrat macht. Schau dir das Video auch gerne nochmal an. Schau dir auf den Channel. Das sollte online sein. Und einmal einen Businessrat, einen Business Journey. Dazu gibt es auch Videos hier auf diesem Kanal. Du merkst, es wird sich lohnen, diesen Kanal zu abonnieren. Und dafür hast du grundlegend erstmal einen klaren Plan. Sagen wir mal zu 80% Klarheit für dein Geschäft, was völlig ausreicht. Und da bist du schon sehr viele Steps weiter als viele andere Agenturen. Lass uns jetzt loslegen mit der zweiten und eigentlich auch meiner Lieblingssäule und das ist die Akquisesäule. Du musst dir vorstellen, wir mit der Agentur haben schon Aufträge gewonnen, obwohl wir nicht mal 80% Klarheit hatten. Da ging es eher darum, dass ich als Vertriebler ganz genau weiß, okay, wir können das jetzt machen. Wir können uns jetzt stundenlang mit diesen Themen beschäftigen. Wir kommen eh nicht dran vorbei. Wir müssen eh da aktiv werden. Wir müssen eh auf ein Netzwerk gehen. Wir müssen eh Kontakte kennenlernen und starten. Und dementsprechend hatten wir schon Aufträge und haben bereits schon Aufträge, wo wir noch gar nicht fix mit einem Namen sind für eine Agentur. Du siehst, solche Mikro-To-Dos, sie sind manchmal gar nicht so wichtig. Heißt, lass uns mit wirklich einer ausschlaggebenden Säule jetzt starten, die Akquise- oder Sales-Säule, die dir wirklich Aufträge besorgt, die dir wirklich hilft, dabei Aufträge zu gewinnen. Wo du wirklich Geld verdienst und deine ersten Kunden gewinnst. Let's go mit der Akquisesäule. Wir brauchen eine Tracking-Liste und wir brauchen eine Follow-Up-Liste. Check, dazu sage ich nicht mehr. Step 2, möchten wir eine Kontakt-Liste erstellen. Das ist nicht die Follow-Up-Liste, sondern wir möchten eine richtig Old-School-Kontakt-Liste erstellen. Wer kennt wen, wen kenne ich. Gehe durch deine kompletten Socials durch. Deine Follower-Liste, deine Gefolgt-Liste. Scroll die mal komplett von überall hoch und runter. Schreib die Namen auf, die eventuell potenziell Interesse an deinem Geschäft hätten. Mit denen du potenziell mit denen sprechen könntest, was Mehrwert für dich, für dein Geschäft und für dein Netzwerk haben könnte. Eine Kontakt-Liste mit, wer kennt wen, diese weiter auszufüllen. Das kommt so richtig aus dem Network. Das habe ich damals davon. Es geht nicht darum, dass du deine Bekannten closen sollst auf seine Social-Media-Dienstleistung. Das ergibt sowieso keinen Sinn. Aber kennt vielleicht dein Onkel einen selbstständigen Maurer. Keine Ahnung. Könntest du da vielleicht schon mal mit den ersten fünf Minuten die erste Marktforschung schon machen. Kontakt-Liste erstellen. Super wichtig. Da möchtest du schauen, okay, ergibt es Sinn, ein Unternehmer-Netzwerk, Unternehmer-Frühstück vielleicht dir anzuschauen. Gibt es da in deinem Umkreis irgendwo ein Unternehmer-Netzwerk? Da mit dem Gedanken, du möchtest an einem anderen Tisch sitzen. Du möchtest nicht mit deinen Buddies oder mit deinen Freundinnen abends immer wieder an dem gleichen Tisch sitzen, wo immer wieder die gleichen Themen sprichst, sondern erweitere dein Netzwerk. Erweitere so ein bisschen deine Comfort-Zone. Geh mal auf so ein Unternehmer-Treffen. Gibt es da vielleicht Veranstaltungen? Da gibt es zum Beispiel Bumble kann man nutzen für Business. Man kann aber auch Meetup nutzen, wenn du in etwas größeren Städten wohnst. Gibt es immer wieder Unternehmer-Treffen. Nutz das. Es gibt eine Online-Markt-Forschung, die wir machen wollen. Da gibt es eine lokale Marktforschung, die wir machen wollen, wo du immer wieder mit potenziellem Netzwerk sprichst über dein Geschäft. Da wirst du Insights lernen. Und dann möchten wir von heiß zu eiskalt akquirieren. Wir möchten erst die heißen Kontakte nutzen. Wen kennen wir schon? Können wir eventuell hier schon ein Geschäft machen? Können wir unseren ersten Kunden gewinnen? Bis wirklich eiskalten Kontakten oder Unternehmen, die dich gar nicht kennen, wo du wirklich erstmal die so ein bisschen aufwärmen musst, wo du erstmal immer wieder Kontakte herstellen musst. Von heiß auf eiskalt. Aber zu jeder Zeit, wenn du Kontakt lässt, immer weiter ausbaust und immer wieder neue Kontakte und immer wieder neues Netzwerk kennenlernst. Fang immer wieder von heiß an und dann zu eiskalt. Viele Leute starten mit dieser eiskalten Kalterquise, sind dann total demotiviert, dass dann in ein, zwei Wochen keine Aufträge kommen. Ihr müsst euch einfach vorstellen und ihr müsst den Spieß ein bisschen umdrehen, dass wenn Leute euch anrufen, wie reagiert ihr darauf? Wie oft spricht man miteinander? Wann kaufst du erstmal? Und man sagt, es gibt so sieben bis 13 Kontakte-Regeln, bis jemand überhaupt kauft. Bis jemand überhaupt wirklich deine Dienstleistungen in Anspruch nimmt. Bis jemand überhaupt ein Vertrauen aufgebaut hat. Und wenn du, vielleicht bist du die Person, die ein Prozent, die kriegt ein Cold Call, du gehst dran, ja, alles klar, komm, mach Vertrag fertig. Das passiert ja nicht oft. Wir müssen erstmal Vertrauen aufbauen. Wir müssen erstmal Kontakte und immer wieder in Gesprächen sein, mal auf eine Story reagieren, mal anrufen, mal ein cooles Video durchschicken. Ihr versteht das Spiel. Heißt, immer von heiß zu kalt akquirieren. Wie man da im Detail reingeht, können wir sehr gerne mal in einem Value Call machen. Das ist für dich aber, das ist einfach eine Checkliste für dich, die du abhaken kannst. Wenn du wirklich von heiß nach kalt abgearbeitet hast und wirklich du weißt, okay, ich habe jeden Kontakt, den ich jetzt irgendwie kenne, Bescheid gesagt, akquiriert, dass du diese Dienstleistungen jetzt machst, dann können wir wirklich so langsam in diese Akquise, in diese Kaltakquise gehen. Das heißt nicht, dass du nur telefonische Kaltakquise machen möchtest oder darfst, sondern du kannst auch auf LinkedIn, Instagram, Facebook-Gruppen, da, wo deine Zielgruppe einfach aktiv ist, loslegen. Und da in dem Bereich ist es super wichtig, dass du nah an der Zielgruppe bist. Bevor du das aber machst, machen wir einen kurzen Switch zur Marketing-Säule. Ganz simpel, wir möchten am Anfang noch kein großes Marketing machen, sondern wir brauchen einfach einen soliden Internetauftritt. Stell Referenzen da, Beispiel, Beispielbeiträge, Beispiel-Videos, Beispiel-Fotos. Bring Content auf deinen Kanälen. Schau einfach, dass deine Kanäle nicht auf den ersten Blick so ein, ah okay, was ist denn das für ein Bullshit, der will mir irgendwas verkaufen, sondern dass es einfach seriös aussieht, dass es professionell aussieht und dass du wirklich auf Social Media deine Kanäle bespielst mit professionellem Content, mit professionellen Beiträgen. Da können wir auch nochmal in die Theorie gehen. Schau, dass du eine Content-Planung machst. Schau, dass du da immer wieder regelmäßig aktiv bist und schau, dass du da einfach einen soliden Auftritt hast. Und dann kommen wir wieder zurück zur Akquise, dass du da anfängst, die ersten Kontakte zu machen. Bitte, ich möchte das Mindset bitte einpflegen. Es funktioniert nicht auch in einer Woche, dass du da die fetten Aufträge gewinnst. Es funktioniert auch nicht in einer Woche, dass du da das fette Netzwerk aufbaust oder das fette Netzwerk irgendwie akquirierst. Sondern da ist es super wichtig, dass du dir selbst Zeit gibst, dass du dir selbst Geduld gibst, in der Akquise täglich immer wieder Kontaktanfragen zu machen, immer wieder ins Gespräch zu kommen, weiteres Netzwerk aufzubauen. Und du wirst wirklich merken, du kommst mit coolen Unternehmern wirklich ins Gespräch. Besonders Leute sind auch offen dafür, wenn jemand sich neu selbstständig macht. Ich bin auch super, ich freue mich da richtig drüber, wenn ich mit jemandem spreche und sage, ey, ich möchte mich jetzt selbstständig machen. Ich bin da richtig happy drüber. Und ich freue mich dann auch, wenn ich mal 5, 10, 15 Minuten einfach ganz unverbindlich mit denen sprechen kann und denen was Gutes tun kann. Weil ich hätte mir das früher auch gehofft. Heißt, sei da wirklich offen für, dass du dich mit Leuten connectest. Und das ist so mal die erste Liste, die du abarbeiten kannst. Wenn du diese Liste haben möchtest, schreib mir auf Instagram. Ich schicke dir die sehr gerne durch. Und wenn du gerade dabei bist, dich selbstständig zu machen oder im ersten halben Jahr oder im ersten Jahr irgendwie dabei bist und noch so die Daily Struggle irgendwie hast, ich würde mich freuen, wenn ich dir da weiterhelfen kann. Ich würde mich da freuen, wenn ich dir da was Gutes tun kann. Schreib mir sehr gerne auf Instagram. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Das gibt dir so mal die ersten Impulse, womit du dir einfach tagtäglich dir Gedanken machen kannst. Das wird immer wieder ein Thema sein. Das wird auch immer wieder ausführlicher gemacht werden. Wenn du dann einen zweiten Teil zu haben möchtest, sag sehr gerne Bescheid. Abonnier den Channel. Ansonsten wünsche ich einen richtig guten Tag.